Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Episode Clash of Clans mit mir, dem Fred. Nicht nur eine neue Episode, sondern auch eine neue Episode Dorfbesuche. Ey, was ist hier denn los? Ich brauche doch die ganze Liste mit meinem Namen. Hallo, bitte. Mann. Mann, 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 Mann. Also, wenn ihr besucht werden wollt, schreibt eine E-Mail an codembf at gmail.com, schickt ein Bild dabei vom Creator Code MBF und natürlich euer Spielerkürzel, genauso wie der erste, der das jetzt hier gemacht hat. Mit dem Kürzel 22C909JGG. Wir gucken drauf. Kompetenz Height. Big Bang. Okay. Sehr viele Zivilsterne, finde ich. Also zumindest schon mal wirklich einige. 1209. Bestes Ergebnis 5427. Radarus 15. Helden schon ganz gut gelevelt. Auch hier wieder ein bisschen aufpassen. Abstand zwischen König und Könige nicht so ganz so weit werden zu lassen. Warte mal, er war ein Legend, ne? Das bedeutet, die Base, die wir jetzt gleich sehen werden, ist dann wahrscheinlich nicht diejenige, die er dann als Verteidigung da hat. Und er kann natürlich auch keine Ressourcen verlieren. Das hier ist anscheinend ein Kriegsklan. 40 von 50 Plätzen besetzt. Alles klar. Ja, so. Wir gucken mal hier unten drauf. Oh, das ist ein Magie-Set. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. Sieht wirklich sehr, 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 sehr gut aus. Dann hatten wir zwei Milliarden gefarmt, haben wir jetzt hier noch. Sehr schön. Und jetzt besuchen wir ihn. Und dann lese ich mal vor, was er geschrieben hat. So, Tiger-Berg-Szenerie, unschwer zu erkennen an dem kleinen Tiger hier vorne. Ähm, außen relativ viel Deko gefällt mir. Und endlich mal hier Team Trees mit dem Schweinepferch. Sehr schön. Also er schreibt, sehr geehrter Herr Fred, ich spiele seit 2014 und würde mich sehr über eine Dorfbewertung von Ihnen freuen. Code MBF ist natürlich eingetragen und dann hat er mir noch das Spielerkürzel geschrieben. Mit freundlichen Grüßen, Kompetenz halt. Ja, ganz herzlichen Dank für deine Bewerbung und jetzt gucken wir uns das doch mal an. Also ist natürlich jetzt hier auch wiederum keine Hybrid, würde ich als Pokalbase bezeichnen. Hier natürlich schön zu sehen, das Rathaus da oben und hier drunter die Clanburg. Adler-Dev ist ein bisschen weiter entfernt, finde ich aber immer ganz gut. Wenn da so ein bisschen Abstand zwischen ist, die sind wirklich schön verteilt, die Katapulte. Ja, Lage ist sowieso egal in Legend, ne? Er kann ja nichts verlieren dabei. Deswegen wollen wir uns jetzt auch gar nicht so viel darauf konzentrieren. Ähm, was mir jetzt hier noch auffällt, ist, dass er fast magst es von den Gebäuden. Wir sehen ja da oben noch eine Kanone. Ähm, die ist allerdings noch, glaube ich, raus. Rathaus 13 Niveau, wenn ich mich jetzt nicht irre. Die auch noch, und die auch noch, und die auch noch, und die auch noch, und die Kanonen. Ich glaube, die hat er einfach als letztes gemacht. Kanonen und Bogentürme. Deswegen, ähm, ja, das ist absolut kein Problem, wenn du das machst. Also der Rest sieht ja schon wirklich sehr gut aus. Also die ganze, äh, starke Dev natürlich hier, Monolith, und die Inferno-Türme, die X-Bögen, Katapulte und so weiter, alle schon gelevelt. Aua, da bin ich gerade mit meiner Hand am PC hergekommen. Ähm, äh, ouch. Also, Bauhütten hat er auch schon gelevelt. Ähm, von daher passt das. Ich weiß nicht genau, ob das so klug ist, halt die da hinz, ja, wobei, da hast du noch... Ja, den hast du halt nicht mehr mit im, nicht mehr mit im Radius drin von der Bauhütte. Das passt natürlich noch, der passt auch. Ähm, die Bauhütte hier ist natürlich super. Auch der Gift, finde ich, ist immer sehr stark. Zweimal Gift sogar hier am Start. Also das ist ein wirklich sehr, sehr starker Zauber, den man da im Zauberturm drin hat. Das kann schon wirklich ordentlich was ausmachen. Hier haben wir jetzt noch außen einiges. Also noch relativ viel Deko. Und natürlich dann auch noch die ganzen Statuen. Sehr schön. Wollen wir ja mal gucken, was noch so Neues kommt dieses Jahr, ne? Es ist ja auch das chinesische Neujahr, was vor der Tür steht. Ob sich Supercell da denn was Schönes einfallen lässt. Da werde ich aber noch in einer weiteren Episode mal drauf eingehen, was ich denn da mir erhoffe davon. Also, ich will es jetzt nicht zu lang ziehen. 9 bis 9,5 von 10. Eine wirklich sehr schöne Base. Mauern sind ja auch schon fast alle Max. So. Und wenn du auch besucht werden möchtest, schick eine E-Mail. Du weißt es an Code mbfrgmail.com. R-C-P-V-C-9-L-9. Ups. Nicht verschreiben, Fred. Legend Ragnarök. Der kommt mir bekannt vor, aber ich glaube, den hatten wir noch nicht. Er sah. Aber das ist, das gucken wir gleich. 649 ZW-Sterne. 200, 250 gewonnene Angriffe, mein lieber Mann. Und die Saison geht ja zwar nicht mehr ganz so lange, aber das ist schon wirklich eine ganz schöne Hausnummer. Helden sind, glaube ich, Max, so wie ich das sehe, für Rados 13. Ja, schöne Skins am Start. Vor allem dieses Set hier, das gefällt mir auch sehr gut. Und dieser neue Skin vom König, der macht natürlich auch ordentlich was her. Oh, der ist schon ganz schwer am Atmen. Der Kleine. Also, 722 und 790 Millionen gefarmt. Clan ist Level 22. Also, wirklich sehr hoch. Das ist er auf jeden Fall schon mal was. Und dann schauen wir uns doch mal an, was er uns so zu bieten hat. Also, beziehungsweise die Szenerie ist natürlich schon im Mittelalter. Wunderbar. Wunderschöne Szenerie. Muss ich einfach mal dazu sagen. Er schreibt. Sehr geehrter Mr. Mobile Fanboy. Ja, das hat sich, glaube ich, mittlerweile durchgesetzt mit dem sehr geehrter Herr. Hiermit möchte ich mich sehr gerne für eine weitere Folge CoC Dorfbesuche bewerben. Ich verfolge deine Videos schon eine geraume Zeit und habe damals, in Klammern 2014, nur wegen dir angefangen, in dieses Spiel zu spielen und habe riesen Spaß daran. Das freut mich doch auf jeden Fall zu lesen. Dann schreibt er weiter. Ich bin aktuell fast Max Stratos 13 in der Titan Liga 1. Okay, als er das geschrieben hat, war gestern. Nee, heute hat er das geschrieben. Oh, okay. Also, sehr zeitnah, dass wir jetzt hier die Besucher haben. Also, es ist ja sowieso zufällig, wenn ich Besuche von den E-Mails. Ja, mittlerweile ist er schon in Legend als Rathaus 13er auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Dann sagt er noch. Ich würde mich riesig über einen Besuch von dir freuen. Vielen Dank im Voraus. Und ein angenehmes Wochenende. Okay, das ist noch ein bisschen früh. Heute aber okay. Ich nehme es trotzdem schon mal an und gebe das natürlich gerne zurück. Mauern sind maxed. Wir haben hier, würde ich auch fast schon sagen, eine Hybrid Base. Auch wenn es eigentlich auch viele Elemente hat. Einer Pokal Base. Aber das ist ja sowieso so ein fließender Übergang. Wir haben nicht mehr so wie damals noch in den alten Zeiten ganz klassische Pokal Base. Ganz klassische Farm Base. Das ist gar nicht mehr, finde ich zumindest, so einfach abzugrenzen. Auch wenn ich natürlich, was den Baseball angeht, absolut keine Ahnung habe. Also wirklich, was den Basebau angeht, habe ich null Plan. Allerdings ist ja auch einiges davon logisches Denken. Und vor allem sieht man jetzt ja hier, wenn man sich sowas jetzt anguckt und ich würde jetzt ihn ja angreifen wollen, dann würde ich natürlich auf das Lager hier drauf gehen. Und klar, die Kobolde kriegen es. Aber darüber hinaus ist mit dem Multi-Inferno ja doch schon mal ordentlich dann Flächenschaden am Start. Ist auch eine sehr weitläufige Base. Gefällt mir auch ganz gut. Er sagt fast maxed. Was mir jetzt hier auffällt, ist, dass er da noch die Kanone ausbaut. Helden waren, glaube ich, maxed. Schmied hat er schon auf Level 6. Das ist auch nicht verkehrt. Skins am Start. Dreierreihe. Raraus, Klornburg, Adlarev. Sehr gut. Ich gucke gerade mal, ob mir jetzt noch irgendwas sitzt hier. Da, die Kanone fällt mir noch auf. Ja, das ist natürlich auch der Klassiker, dass die Leute jetzt eher die Kanonen dann am Ende upgraden. Aber das ist im Endeffekt... Es ist nicht schlimm. Es ist wirklich nicht schlimm. Badmuth ist Level 17 und die Versteckte hier ist auch noch Level 17. Denn die Doppelkanone macht gar nichts. Insgesamt, mein lieber Legend, ist das eine wirklich superschöne Base. Vor allem passt das, finde ich, auch hier ganz gut mit der Szenerie. Wir sehen das jetzt hier, die Szenerie. Wir haben die Mittelalter-Szenerie. Dazu haben wir jetzt hier diese Mauern. Ich wollte sowieso immer noch ein Video machen. Bestes... Habe ich das schon mal gemacht? Bestes... Doch, beste Szenerie für jedes Rathaus. Genau. Beste Szenerie für jedes Rathaus. Das ist auf jeden Fall eine Szenerie, die, finde ich, sehr schön dazu passt, weil es noch ein bisschen dunkler ist. Und du dann diese Level... Was sind das? Level 14 Mauern hast. Diese im Eis-Stil gehaltenen. Das sieht super aus. 9 bis 9,5 von 10 für unseren Kollegen Legend. So. Wir gucken mal drauf. U, U, C, G, Y, Q, 9, 2. Es gibt am Ende übrigens auch wieder einmal die Feuerwerk-Deko zum Verlosen. Also deswegen auf jeden Fall fleißig auch euch weiterhin bewerben, weil ich ja bei den Folgen auch jeweils noch was rauskloppe. Ich kloppe aber auch zusätzlich noch was raus. Also von daher, wenn ihr dann Sachen gewinnen wollt, sei es eine Szenerie, Deko, Skins und so weiter, dann gerne den Kanal abonnieren. Natürlich Glocke aktivieren. Creator Code MBF eingeben und sich für die Dorfbesucher auch bewerben. Also, nervig ist derjenige. Level 239 vom Clan Österreich. Boah, 30er Clan. Sehr stabil. Lade, bitte lade. Mit sogar, ähm, ja, einer schönen Beschreibung sehe ich jetzt schon mal. Ähm, 1442 TV-Sterne, sehr viele Angriffe, 231. Er ist auch in Legend, Radar 16. Helden fast max, ne? Können nicht fehlen auf 5 Level, aber gut. Das ist auch dann machbar. Skins am Start. Natürlich 2 Milliarden, ne? Ja, 2 Milliarden gefarmt. Und jetzt gucken wir uns das an. Wenn's denn lädt, wenn's denn lädt, wenn's denn lädt. Okay. Also. Er schreibt. Hallo MBF, hätte gerne eine Dorfbewertung für meine Base, die ich selbst gebaut habe. Ja, gut. Ist halt jetzt die Sache, dass ich jetzt nicht, äh, natürlich das jetzt nicht sehen kann. Also, das wird ja wahrscheinlich die Base sein, oder? Finde ich aber nicht schlecht. Denn bei so ner Base kann man da natürlich immer ganz gut sehen, bei so ner Showbase, was bisher gelevelt wurde und was nicht. Sieht aber auf jeden Fall schon mal sehr cool aus. Das selbstgebaute mit dem Nervig-Schriftzug dabei. Äh, man sieht natürlich oben auch schon ganz gut, neben den Helden, dass die ganzen Begleiter maxed sind. Die beiden Querschläger-Kanonen hat er schon hingesetzt. Genauso wie die beiden, äh, Multibogenschützentürme. Dann haben wir jetzt hier noch die beiden Zaubertürme. Also, das ist schon mal alles maxed. Wir sehen jetzt hier an der Seite, die sind, die Lager sind auch schon alle maxed. Das ist auch schon mal gut. Ähm, nee, warte mal. Hier ist ein 17. Den hier baut er noch aus. Ähm, das ist auch schon maxed. Jetzt gucken wir uns doch mal die Verteidigung an. Ja gut, klar, die müssen noch. Hier ist alle schon maxed. Die haben, glaube ich, gar kein neues Level bekommen. Ja, und ansonsten, die haben, glaube ich, auch kein neues Level bekommen, soweit ich das sehe. Obst, bin ich aus Versehen. Bin ich aus Versehen auf das Schiff gekommen. Ja, das sieht aber alles schon mal wirklich sehr stabil aus, muss ich sagen. Das hat alles Hand und Fuß, also sehr weit, auf jeden Fall. Sehr weit. Was mir hier auch gut gefällt, ist, dass du jetzt hier noch an dieser Mauern noch auf jeden Fall hier noch ein bisschen Deko dran gemacht hast. War er denn Team... Nein, auch Team C's. Leute, 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 Leute. Das nächste Mal bitte, wenn ich das sage, unbedingt in mein Team kommen, aber die Deko außen auch noch schön sortiert. Das sieht auch richtig gut aus. Viele Weihnachtsbäume auch von diesem Jahr noch da rumstehen. Kuchen noch auf jeden Fall. Mauern hat er schon angefangen auf Level 17 zu machen. Ich vermute mal ein paar fehlen noch, aber das ist ja gar nicht schlimm. Auch so eine 9,5 von 10. Eine wirklich sehr schöne Base von unserem Kollegen Nervig vom Clan Österreich. Und jetzt schauen wir mal eben drauf, dass wir noch hier jemanden... Denkt dran, ne? Am Ende wird es noch verlost. Warte mal, hat er das Ding denn schon? Hat er den... Hat er den, hat er den, hat er den? Ich sehe ihn zumindest nicht. Also nochmal ganz kurz, wenn ihr jetzt hier bei den Besuchen dran seid und dann tatsächlich die Feuerwerksdeko gewinnen solltet oder halt auch jedes andere Teil und ihr das schon habt, dann löst das bitte in einem Account ein, wo ihr es noch nicht habt. Also als Beispiel, ich würde jetzt diese Szenerie verlosen, die er hat und er hat die schon. Da kann er es natürlich nicht nochmal haben. Bedeutet, er muss sie dann in einem anderen Account einlösen. Ist ja auch eigentlich logisch. Das schreibe ich meistens auch immer dazu, aber manche vergessen es ja trotzdem und ja, deswegen also... QCQ... 8, 8, 9... QRY... King Bodenoffensive und er hat 58 TW-Sterne, 178 gewonnen Angriffe, also auch schon mal sehr viele Helden. 25, 35 Elves, den neuen Skin hier am Start. 200 Millionen gefahren, bisschen mehr sogar und das ist der Clan. Finde ich auf jeden Fall ganz gut, dass hier auch drin steht, genau was die Regeln sind und so weiter. Das macht schon immer was her. Und dann werden wir uns das jetzt angucken. Juhu, die 10 Jahre Szenerie. Sehr schön. Also, er schreibt, hallo Herr YouTuber, ich würde mich gerne mit dem Kürzel und so weiter und so fort bewerben. Ich habe mich schon öfters beworben in den YouTube-Kommentaren, wurde bisher aber leider nicht drangenommen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich dran nehmen würdest, bin schon lange Zeit ein großer Fan von dir. Zu meinem Dorf, bin gerade auf Rathaus 12 gegangen und versuche meine Helden zu maxen. Meine Bases baue ich immer selber, wäre nett, wenn du mir vielleicht noch ein paar Tipps geben könntest. Danke, falls du mich dran nimmst. Liebe Grüße, Ben. Alles klar. Dann schauen wir doch mal nach. Also, er hat die Base selber gebaut, sagt er. Und was mir natürlich schon mal auffällt, ist eine gewisse Symmetrie, die ich hier erkennen kann. Ja, hier ist schon mal nicht schlecht. Der Magiaturm daneben ist in Ordnung. Die hier 1, 2, 3, 4 sind auch verteilt. Luftabwehr ist nicht ganz verteilt, aber ist im Endeffekt auch in Ordnung. Könnte sich vielleicht noch eher da hinsetzen oder so, aber eigentlich die Königin zum Schutz ist persönlich eigentlich nicht schlecht. Aber hier ist ein Loch in der Base, das musst du auf jeden Fall zumachen. Loch in der Base nicht gut hier auch. Loch in der Base nix gut. Da musst du auf jeden Fall gucken. Aber das finde ich eigentlich schon mal ganz gut. Gut, da sind zwei Lager, aber hier die Lager würde ich, glaube ich, eher wegpacken. Oh nein, was war das? Aber es geht wieder zum Glück. Also, die Lager würde ich auf jeden Fall wegpacken und würde ich vielleicht noch woanders hinsetzen. Denn hier 1, 2, 3, 1, 2, 3, natürlich immer noch das vierte daneben. Finde ich persönlich nicht so gut. Da könntest du vielleicht hier noch eins hinsetzen jeweils. Dann hast du ja hier noch die beiden Magiertürme mit dazu. Also, da wo jetzt die Kanone und wo der Bogenturm ist, noch ein Lager hin. Das fände ich persönlich eigentlich besser, wenn das so wäre. Und deswegen, ansonsten sieht die Base schon mal ganz gut aus. Szenerie ist gut. Mauern hast schon angefangen. Ansonsten hast du ja gesagt, die Mail ist jetzt auch noch nicht so ganz so alt. Ach, was ist denn jetzt hier los? Ah, Kleinstoff-Glanzer am PC nicht gut, oder was? Na doch, wir kriegen das noch hin, Leute. Keine Sorge. Also, die Mail ist jetzt auch noch nicht ganz so alt. Und deswegen, du hast geschrieben, du bist frischer Rados 12er. Und das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus, soweit. Und deswegen gibt es auch hier eine 9 von 10. Eine schöne Base. Das Einzige, ich habe es gesagt, hier, da würde ich vielleicht noch was ändern. Denn dann hast du hier noch ein bisschen die Lager verteilt. Teher, auch hier haben wir wieder die 3er-Reihe Rathaus-Klanburg-Adler-Dev. Sehr gut. Und mach weiter so. Und jetzt würde ich mal sagen, Leute, wir sind ja am Ende von dieser Episode. Wie ich lose das jetzt mal eben aus? Wer bekommt die Feuerwerk-Deko? Bis gleich. So. Ich habe das jetzt eingetragen. Habe da sogar noch die Zeit hoch gemacht, wie lange das jetzt dreht. Damit das ein bisschen fairer ist. Und jetzt, zack, 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 dreht sich das Glücksrad. Und der Gewinner der Statue ist ganz knapp nervig. Nervig. Du hast nicht die Statue, du hast die Feuerwerk-Deko gewonnen. Ganz herzlichen Glückwunsch. Und vergesst nicht, euch zu bewerben. Code mbf at gmail.com. Bild dabei vom Creatorcode mbf. Und natürlich euer Spielerkürzel. Weitere Sachen werde ich dann wahrscheinlich heute Abend noch verlosen. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.